Wir müssen jetzt irgendwie da rüber, okay? Wir müssen wahrscheinlich da lang, okay? Aber wir kommen in die Richtung. Ich meine, zu weit sind wir jetzt schon, aber wir kommen ja nicht rüber, oder? Ach, da rüber, okay? Genau, hier waren wir ja schon mal gewesen. Oh, jetzt sind wir in die Höhle, wo wir gefragt haben, oh, da ist doch irgendwas. Ne, da war nichts. Und jetzt sind wir da. Ich würde mal sagen, gehen wir Monster jagen. Ja, wir müssen den erledigen. Moment, ich habe mal eine ganz coole Idee. Wir werden den geil einfrieren, im Übrigen. Also, das wird da richtig lustig. So. Let's go. So, ich muss gucken, ich schnell umschalte auf Yushu. Oh, der erscheint nicht um. Er hat nur... Jetzt scheidet er um! Was ist das für ein Bug, Alter? Ich wollte gerade die Attacke zeigen und der so kriegt das hin. Dieses... Ja, das kriegt er auch in ihn! Was soll die Scheiße? Hallo? Ich habe... Ich habe gewerfen wollen und der hat ihn geworfen. Was soll die Scheiße? Das Spiel ist broken! Oh mein Gott! That game is total broken! Genauso wie dieses Mist 4, Alter! Das ist ja unfair! Ich will jedenfalls gar nichts zeigen! Und der broke das Spiel einfach! Loll! Verarschung! Verarschung! Dann kehren wir nochmal zurück zu dem Boss, Alter! Das ist so unfair! Das ist so unfair! Ich hasse... Warum passiert sowas überhaupt noch? Störung am Arsch, ne? Wir haben Felsengräbs, die Kräfte ich... Reicht das für eine Reparatur? Boah! Ich habe gedacht... Ihr werdet weg! Ich meine, das ist toll! Ja, das ist auf jeden Fall! Ich bin dir wirklich dankbar! Dann können wir den Rest im Schleusentor versiegeln! Danke für alles! Schön, dass es noch nicht zu spät ist! Aber ist jeder Rist so ein großes Problem? All die Arbeit? Ich sollte vielleicht besser den Grundfall, das wir suchen... ...und beseitigen! Naja, ab und zu Binsicherheitsrisse! Wissen auch nicht warum! Aber eins geht mir nicht aus dem Kopf! Was war das denn? Ah, genau! Die Räuche hören wir öfter! Die kommen von... ...hinter der Schleusse! Jedes Mal, wenn wir das hören, gibt es... ...einen neuen Riss im Schleusentor! Wir haben aber keine Ahnung, was das für euch ist! Naja, es gibt so eine alte Legende über den König des Wassers aber! Wenn du nicht den Zorn des Königs wecken willst, dann bleib lieber da weg! Nö, ich will ihn wecken! Ich will ihn wecken und töten! Dann ist dieser König wohl an einem schuld! Sollen wir mal nachgucken? Hä, hat man nicht gerade erst gesagt, wir sollen uns von dem Fernhalten? Nö. Ist jetzt wie Kirito. Bist du halt neben mir den Grundfall erstmal suchen? Wir wissen, dass es da vorbei ist. Dann können wir auch mal nachsehen. Na schön, ist wahrscheinlich zwecklos. Aber sei vor sich Kirito, ja? Aber immer. Nö. Die Frage ist, wo ist der Bastard? Ist der oben? Moment, kann ich nicht einfach TP machen? Teleport nicht möglich. Immer noch nicht. Ist nicht scheiße möglich. Warum soll mal was nach Planen laufen? Ich verstehe es nicht. Ah, da das Wasser weg ist, können wir einfach hochlaufen. Nicht wahr? Und dann speichern und dann fighten und... Oh mein Gott. Erstmal speichern. Yes, ich wurde hochgeladen. Ja, du wurdest auch nicht hochgeladen, Alter. Das ist halt so. Wir gehen jetzt hoch. Wir gehen den König bekämpfen. Also da meine Truppe folgt mir. Genau da will ich ja hin. So diesen komischen Ding da. Hier ist gar nichts. Und ich höre dieses Geräusch nicht mehr. Da kommt etwas runter. Und ich höre das. Ja, das ist das. Und ich höre dieses Geräusch. Bis zum nächsten Mal. Dann bin ich das. beeindruckender empfangen würde ich mal behaupten aber können wir nicht das machen schade dann bringen wir erstmal zum brechen und dann jagen wir in die hölle aber gut hat der eindruck komm wir müssen nur zum bruch kriegen danke komm schon machen wir jetzt sehen können wir nicht machen na gut jetzt können wir es machen oh shit er will uns hey hier bin ich komm bin ich das ziel? ne ach das ist wieder das ziel mal wieder was das wäre mir echt neu wenn es nicht so der Fall wäre ne komm schon komm schon wir müssen doch nicht was schaffen dass wir ihn gebrochen kriegen komm schon der muss doch was gebrochen sein das kann ich eigentlich nicht brechen können alter jetzt haben wir ihn erfasst jetzt jetzt schade ich um ich hab ich hab das auch geplant es war alles geplant so jetzt bist du dran oh shit der hat sowas mal auf die fresse bekommen so ich schade mich mal auf alles um weil wir wollen uns auch noch ihre angucken ach scheiße wir können die machen wir haben unsere anzeigerteile verbraucht durch den oh jetzt will ich ja wie wir das machen cool na ausgleich wir sind ja jetzt mehr an das gestaltet das wird oh ja komm noch ein bisschen noch ein bisschen durch dann wird er ja genau habe ich erwartet so let's go machen wir die nummer noch mal aber die sind mit dem anderen skill wir wollen uns auch die andere abschlusskunst mal angucken ich war jetzt so schön das eigentlich mal zu zeigen weil jetzt macht das spiel aber wenigstens was ich will ne los geht's so jetzt kannst du mal kurz auf das spiel einbrechen oh komm los geht's das nennt man absolut track awaited so jetzt stirb einfach ja jetzt kann ich den wirklich umbringen jetzt mach ich ein blatt na hallo wow er kann lasern hab ich nicht erwartet ne warte mal wir darfst mal was machen äh er ist weg er ist abgehauen ich hab nen plan so und jetzt los geht's alle herkommen mal zwei ich hab noch die dritte stufe sehr gut ich zone es an ihr seid ihr sicher jetzt können wir uns heilen jetzt können wir jetzt kann uns gar nichts mehr hier guck mal da fühlst du schon beeindruckt davon dass er jetzt hier oh lass mal asna in ruhe du keck was soll die scheiße jetzt nicht ne äh äh kein komm wow er haut ab dann hau einfach ab wenn du um nichts feigling bist ja ja ach ach das kommt jetzt auch wieder ach das kommt jetzt auch wieder boah komm den haben wir doch fast alter der den den brech ich jetzt los komm der hat doch nicht mehr viel jetzt komm mehr auf ihn genau so wollen wir es doch sehen jetzt haben wir ihn jetzt haben wir ihn in der kombo jetzt haben wir ihn voll in der kombo ja jetzt ist er die kombo und rein sehr gut jetzt stirbt er was sind wir noch nicht tot na gut na gut jetzt das war ein harter kampf diese magische bestie war echt wild ob das von dem verdreckten wasser kommt wird möglich oder von dem ding dahinten und der starke räusch kam bestimmt auch von dieser bestie damit also werden den grund für die risse gefunden ich hoffe damit ist das erste mal sicher gehen wir zurück wir haben die bestie erledigt die das tor bestätigt jetzt ist wieder ruhe ihr habt uns wirklich das leben gerettet vielen dank hey nachbarn in not muss man doch helfen oder hm haben wir das eingebildet ok das wären alle zutaten für den wachtrunk jetzt können wir doofy endlich aufwecken ja schnell zurück nach schloss obsidia nö ich bin erstmal für erstmal dieses geräusch erstmal auf den grund zu gehen so karte ich geh nochmal da hoch ich will das jetzt endlich wissen ich will das jetzt wirklich wissen und zwar es gibt eine sache die ich immer noch erledigen muss und ich werd sie jetzt erledigen und nichts wird mich aufhalten vor allem der zähl geht so gut runter da will ich hin ich will endlich mit diesem ding reden es muss doch jetzt wirklich einen grund haben dass es existiert du hast deine stimme wer die macht sucht die höchste mauern einreißt wer dich am ne bestie wecken will der beweist sein mut die beweise reichen nicht aus ja die bestie und die mächtigen grün hat und sammle 5 beweise du hast im moment 0 tafeln die bestie am ok also muss man beweise sammeln und dann kümmern sich moment moment ich habe jetzt einen fetten plan ich weiß dass ich es für ein viel eigentlich alle haben müsste ich will zu der tafel einfach aus gutem grund ich habe die teile ja ok vier tafeln er wecke die bestie am verbotenen pfad und am raststein eine tafel fehlt das bedeutet wir haben ein viel noch nicht verprügelt und ich glaube ich weiß welches viel das ist das muss das viel hier sein genau der fehlt mir noch ich habe den nicht als einziges noch nicht verprügelt weil er mir zu stark war dann könnte ich eine irgendeine geile bestie heraufbeschwören die keine ahnung die muss ich dann zu tode raiden um hier überhaupt eine chance haben ok gut weiß ich bescheid was war das nochmal für einer da ist das viel kleiner aber ho level 31 wenn ich das besiege könnte es schaffen wir sind gerade aber bestimmt noch nicht so weit wir sind level 25 ich glaube mit unserer kraft jetzt da auf das viel einzubrügeln ich glaube das ist nicht so die geile idee aber es ist krank wir wir könnten wahrscheinlich sowas wie eine heilige bestie beschwören und dann das wäre geil ich würde mal sagen schade dass man nicht hier so geil kämpfen kann wie in der kraft da hätte ich das schon längst geschafft selbst underleveled aber gut willkommen in seo last week collection da läuft ja eh alles anders ab zur festung ich würde sagen jetzt ein level mache ich noch ein level ab und dann würde ich wirklich mal versuchen das viel umzubringen und dann gehen wir die heilige bestie an und dann gehen wir die heilige bestie an und dann gehen wir die und dann gehen wir die heilige bestie an Vielen Dank. Ich habe keine Kassen-Kassen-Kassen-Kassen-Kassen-Kassen-Kassen-Kassen. Ich bin immer mit Kassen-Kassen-Kassen-Kassen-Kassen-Kassen-Kassen, aber ich finde, was ich? Das ist ein Kassen-Kassen-Kassen? Das ist Kassen-Kassen-Kassen-Kassen-Kassen-Kassen-Kassen-Kassen? Ich habe nicht gesehen, aber... Ich habe immer alle Fragen nicht davon aus, was ich nicht mehr gehört. Wir werden uns dann sofort wiederholen. Was er? Sie sind ja. Ich habe mir das Leben in meinem Leben. Ich habe mich nicht gedacht, dass ich... Ich habe mich immer... ... in dieser Welt... ... und so? Ich habe nicht mehr gesprochen. Ich kann mich nur sagen. Ich werde euch sagen. Ich weiß, was ich? Sie sind in der Hälfte, die ich in der Hälfte. Ich bin mit dem Geist. Ich bin mit dem Geist. Lonië-Arravel! Ich bin von ihm zurückgebracht. Ich bin von T. Zeh-Striene. Ich bin von ihm zurückgebracht. Ich bin von Kardinal. Ich bin von ihm. Ich bin von ihm. Ich bin von ihm. Ich bin von ihm. Ich habe eine Nachricht. Kann ich sie dir? Ich bin von ihm. Ich bin von ihm. Lonië-Arravel. Ich bin von T. Zeh-Striene. Ich bin von ihm. 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 Ich werde das in den Geist. Ich kann es nicht mehr, wenn er die Vektor-Sie war, ich werde den Gästen. Ich bin von ihm. Ich habe den Geist-Sie gemacht. Ich bin von ihm. Du hast ihn mitgebracht, und er hat ihn mitgebracht. Was ist das? Du kannst du jetzt? Du kannst du jetzt auswählen. Sarai, du kannst du? Ja, Selka! Selka, du kannst du! Gut, Selka. Du kannst du auch mit Geist. Ja, Kardinal. Du bist du, Selka. Du kannst du auch mit Geist. Du kannst du mit dir sprechen. Du kannst du mit dem Zeitpunkt. Du kannst du, Drossi. Du kannst du dich. Drossi! S...Sarai... Ja, du hast es geschafft! Drossi! Du kannst du... Du kannst du... Drossi... Kirito... Kirito, Kirito,泣いてるんですか? 泣いてない Kirito,泣いてる トルシーが泣かしたんだよ トルシー, Sariも Sariも涙出てきた Srai, Kirito, sorry. Drissi ist ja Srai-No-No. Sie ist nicht mehr als Kain. Srai, ich bin so ein Kain. 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 ...Sarai... Nachdem Dorofy jetzt wach ist, sollten wir weiter die Schreine untersuchen. Okay, dazu habe ich leider ein paar schlechte Neulichkeiten. Seit die Schreine aufgetaucht sind, häufen sich die Katastrophen. Selbst die Schreine zu erreichen ist für die meisten so gut wie möglich. Was? Das ist blöd. Wir haben so lange nach dem Zutan gesucht. Ganz genau. Unerreichbare Schreine, eine Katastrophe nach den anderen. Ich glaube, das sind die mythologischen Elemente, nach denen wir gesucht haben. Aber dank der Katastrophen haben wir etwas entdeckt. Es gibt eine Resonanz zwischen den Schreien, die alle Katastrophen verstärkt. Sie absorbieren unschädliche Schnellressourcen aus den Katastrophen. Versuche es zuerst bei den Berggoblins. Da gibt es bisher nur wenig Schaden. Verstanden, Cardinal? Auf zum verbotenen Schrein der Lohe. Ja, würdest du sagen, können wir uns nicht rein teleportieren oder ist das nicht möglich? Ich kann mich jetzt nicht teleportieren, Alter. Ich sag's euch. Ich schwöre mit euch, wenn ich mich jetzt nicht... Ich darf mich teleportieren. Alter, what the fuck, Alter. Das ist der Fortschritt. So, speichert. Perfekt. Ich würde sagen, an der Stelle beende ich mal den Part, oder? Bis zum nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und ja. Ciao. 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 Ciao.